ARD Text im Auftrag von Funk 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 Also, wie bist du Mumba? Du hast hier ganz viel Liebe hier. Mumba? Ja, ich weiß aber, ich weiß nicht, Mumba. Oder Mumba, wie geht's? Also, Jungs, danke auf jeden Fall für die Unterstützung, ey. Ihr wisst nicht, es gibt keine Differenz. Shadow Jungle wins, sag ich auch zu Mumba. Ja, die sind ready, komm, go. Shadow, start, go, go, go. Okay, warte, warte, warte. Also, ich weiß nicht, ob das stark ist. Ich hab da noch nie gespielt. Boah, der Käthlin hat schon ein bisschen dicke Titten, oder? Ah, geil. Aber Tarek auch. Ja, Tarek hat Brust, oder? Tarek ist richtig geil. Tarek hat ne Brust, Hörer, wuh. Ich kann eigentlich one-shot'n den, Tarek, wenn der Rage kommt in mein Jump. Nice. Ja, die sind so gut, ne? Ja, was machen die denn? Tötet sie! Meine Q hat gemisst. Der hat den Fatschen geholfen. Ja, der hat gewählt. Ich hab gewählt. Ich hab gewählt. Ich hab gewählt. Junge. Unser 6er-Präsident. Ich hab gewählt. Hehehe, boah. Bleib langsam auf, Tätlin, du träumst. Ah, Jungs! Ja, liebe! Oh Gott, Boys. Flippt man's dann ab. Wup! Alter, die haben auf mich... Ich komm, ich komm, ich komm. Die haben da dick auf mich geultet, ey. Wir können nicht holen, wir können nicht holen. Oh, 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 oh. Oh, my bad. Ich bin doch schlecht, ne? Ja? Ja, immerhin habt ihr denn noch gut gemacht. Nice. Die lassen uns jetzt einfach finishen, der ist. Ja, tschuldigung. Die haben Mitte, Mitte auffallen jetzt. Komm, wir dürfen aber nicht finishen. Ja, das ist ja langweilig. Doch, bin ich da einfach. Thank you! Green Team. Outtracks. Woo! Outtrick. Hit ihn mal bitte. Hast du den? Nein. Oh mein Gott, der hätte mich schon verpasst. Wrong. Und der Triple K. GG. Hui. Hier ist doch meine Damen. Alter, ich kann nicht schreiben. Scheiß. Hallo. Moin. 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 Mein Gott, ey, wieder. Save is play, ohne Ende. Stark runtergespielt. Refekt. Also ich glaub, ihr habt da bis jetzt noch keine Herausforderung bis hier in dieser Gruppe. Ihr seid wahrscheinlich jetzt ganz klar die Favoriten bis hier. Ariel und Zoll. Liegt dir der Champion jetzt da Main oder? Ja, ich hab 550k auf dem. Ist mein absoluter Lieblingschamp. Mit dem bin ich nach Dia gekommen. Gerne gespielt. Andererseits war es natürlich auch langweilig gewesen, wieder Modokaiser rauszuholen. Aber mit dem Bann hab ich auch schon gerechnet. Deswegen hab ich auch gar nicht mehr da gedacht, ihn zu picken. Ja. Okay. Ariel und Zoll war echt so. Überraschend. Starke Performance, Jungs. Danke, danke. Danke sehr. Sehr, sehr freundlich. Richtig. Welcher Champion hat sich am meisten Probleme gemacht? Das sagt ihr so, Arena und Zoll oder allgemein die Team-Kumbo? Ich fand, wenn ich schwach fand, war K. Also K war eigentlich ziemlich useless, würde ich sagen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, ey, Jungs. Ich will auf jeden Fall nächstes Game nicht mehr Caitlyn spielen, Alter. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Dann pick mir Jungs einfach und ich denk ein Saved aus dem Jungs. Ja, okay, ja, dann. Was willst du picken? Pick am besten ADC, ich will noch warten, was der Topländer pickt. Oder weiß nicht. Warte? Ey, was ist denn jetzt los? Warte, weiß nicht, irgendein Supporter macht was. Ja, mach Bart, mach Bart. Ich hab Bart nicht. Ja, egal, dann tausch mir rum. Caitlyn, Caitlyn. Caitlyn, Caitlyn. Caitlyn, 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 Caitlyn. Jungs, ihr müsst auch reden, keiner von euch sagt was die ganze Zeit. Ja, ich komm zurück, Alter, auf einmal 10 Sekunden. Ja, mach mal ADC. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ich hab beim letzten Game gesagt, Caitlyn habe ich. Also der, der Blitzgang ist halt wirklich lost, war? Ja. Der Blitzcrank spielt auch nur Blitzcrank, weil wir alles gebannt haben. Ich will gleich wieder sagen so, ja, ich wurde ja wieder getargett haben. Ich glaub, es ist wirklich so nichts. Ja, ich wurde wieder. Wir müssen einfach sagen so, ja, wir haben einfach den Ring-Convac gebannt. Es stimmt halt aber einfach auch, ja. Morgana oder Yumi würde halt auch einfach richtig rein-sacken, Alter. Das ist auch einfach in der Lane, ist halt so. Alter, guck dir mit Lane an. Guck mal, wo wir gehen gut. Ich komm, ich komm, ich komm. Nice, gut gespielt, Jungs. Wir können die auch, ja, das ist free. Ich gehe auf Flash. Machen die denn da auch. Haben die noch Flash, ja, ne? Flash hat Flash, ja. Bruh. Oh. Haha. Easy, easy. Jungle Carry. Der Flash für den Diss ist pink. Oh, eigentlich kommt wieder die Dive. Nein! Jun, ich hab so meine E gesehen, ne? Bruh, ich bin da noch nicht... Ja? Ja? Er macht die, er macht sie einfach Solo. Nice Flash, Bro. Vor allem, äh... Jonas dived einfach komplett alleine. Oh, pass auf, da kommt ein TP irgendwo, da kommt ein TP. Oh mein Gott, botlane. Ihr seid so tot. Tja, heilt Zimmer. True. Spannend machen. Spannend machen. Der war schon tot. Meiner! Komm, ja, bitte, bitte! Ja, ja, ich dachte dir. Ja! Achso, du hast ja den... Okay. Sag doch nicht du das. Sag doch nicht du lässt mir den. Ich muss mich gut fühlen dir wegzustehen, Mann. Ja, komm, mach den Tower. Nö. Ich würde der gelaufen, hab Emojis gezeigt, Leute. Ja, ha, 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 ha. Er verträumt. Bäh. Mach der. Boah, komm, jetzt einmal smilten können. Nice. Egal je. Ey, Jungs, wollt ihr mich eigentlich hier ficken, oder was? Ich lebe. Ich überlebe das sogar, what the fuck? Es ist legit jeder aus dem Team gerade auf mich gegangen und ich das trotzdem überlebe. Okay, def, def, def. Da, 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 da. Wieso tanke ich hier? Ich tanke doch gerade, ganz ehrlich. Ja, aber irgendwie kriege ich den ganzen Damage. Ja, ich hab... Nein, ich hab keine Ult. Ich hab keine Ult. Und die Kommentatoren wahrscheinlich sogar... Oh mein Gott, vielleicht schaffen sie das doch. Sollen wir Nashen, oder sollen wir einfach mit Run and Down machen? Ich glaub, die wollen jetzt Nashen. Die wissen nicht, dass ich einfach der Steel Master bin. Ich geh da jetzt einfach rein, ne? Ey, wir gehen da jetzt einfach rein, ne? Ja, wir gehen da einfach rein. Watch out, watch out! Boom! Hauptsache wir fokussen nicht bei dir, ey! Oh! Nice smile! Ich hab doch gezmeitet! Bruder, bist du scheiße! Das Spiel! Okay! Ich slappe dich einfach! Oh, der will uns reinhocken! Ah! Als ob das Max-Range mich geltet hat. Ey, was ist das denn hier? Was ist das denn? Als ob mich das Max-Range geltet hat. Ja, Junge, was sollen wir denn machen? Digga! Ja, wir reporten. Ey, lass mal alle Moomer reporten. Ja, lass mal alles. Hallo! Mahlzeit! Hi! So, ich glaub mal, der erste Platz ist schon mal nicht zu nehmen, mit der Gruppe A. Scheint so. Ja, das letzte Game könnt ihr ja eigentlich theoretisch auch... Klar hat ihr noch auch ein bisschen ernst zu spielen, aber meint ihr halt... Wir wollen ein schönes Game haben, aber... Ja, bedankt dich bei denen, dass ich wieder Catelyn spielen musste, ja. Auf jeden Fall gute Kite-Performance wieder mal von Catelyn. Auf jeden Fall erst mal Glückwunsch, seid auf jeden Fall dann nächste Woche dabei. Ja, nächste Woche, genau. Den Supporter haben wir übrigens... schön unterstützt. Game-Mental haben wir... Game-Mental haben wir... Game-Mental, Harry halt getargeted. Nein, aber er war halt wirklich bester Spieler vom Gegner-Team, deswegen... Ja, beim Invade... Ich muss halt leider sagen, ich bin noch nicht so confident. Auf der Lane war es auch super schwer, also ich konnte Catelyn überhaupt nicht treffen und den Alistar, das hätte jetzt... Normal! Ja, einfach nur useless Supporter-Bahn. Die werden sich auch denken, hä? Wobei, ich bin jetzt auch ein bisschen verkehrt. Was? Einfach muss... Können wir alle rüberflashen? Nein, nein, das ist zum Arsch, das ist echt zum Arsch. Nein, das ist zum Arsch, das ist echt zum Arsch. Ich hab nicht mal Flash, guys. Ja stimmt, da stehst du einfach nur da so rum. Dann hol ich mal Bubar. Oder die, oder die, oder die haben wir uns ge-invaded, dude. Da, man, na... Hier, hier! Nice! Äh, 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 äh... Wo ist's, äh, äh, Mubar, ich brauch Hilfe! Wir sind dran los. Du brauchst Hilfe? Achso. Ja! Ahja, das ist unser Jungle, ne? Bruh! Ich komm gleich top, okay? Ich komm, ich komm, ich komm. Komm mal stark, Kappa. Uff, belastet. Wie kann ich eigentlich einen Ezreal einpauschen? Easy. Haha! Warte, warte, ich komm. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Komm zu mir, komm zu mir! Komm! Der Dings kommt noch. Oh, Leute! Nein! Nein! Meilsi, komm nicht rum! Matsu, du Baiter, Alter! Oh! Matsu, du Baiter, Alter! Ah, fuck, der kann das ja auch nehmen. Matsu, renn! Nicht im Ezreal! Komm her, komm her! Yumi, gib dir bitte dich gar nicht! Hau da rein, Jungs! Ey, ey! Du machst die, du machst die! Ich war erst mal verwirrt, weil ich auf F... Weiß ich, ich komme! Komm zu mir, komm! Oh, die würde so jeden Moment rüberjumpen, so! Ja, dachte ich auch, aber jetzt wahrscheinlich cool darum. Ja. Nein! Oh mein Gott! Nice, clean! Das will ich sehen. Oh! Wir machen nicht los! Dann hol ich mir einen Bluebuff jetzt. Du holst dir einen runter. Willst du Crocs haben? Nee, nee. Nehmen. Ich fass meine Chickens gar nicht an, weil ich sowieso verrecken würde. Dann mach ich die in 20 Sekunden. Ja, mach die echt mal bitte. Dann geben und nehmen. Ja, eigentlich eher nehmen, wa? Oh mein Gott, der hat mich aufklärt. My body is telling me, yeah. Schafft du das? Nö. Oh, macht's da halt ihn auf? Pantheon kann ult, ne? Passt auf, passt auf. Pantheon wird ult und sowas machen. Ja, der ist weg, der ist zu weit ult, der ist cool. Die Jungs hat mich irgendwie alleine gelacht. Lass Drake machen, lass Drake machen. 2,71 Sekunden. Nez, wir brauchen deinen exorbitanten Damage. Oh, guck mal, Yuumi tötet. Weißt du? My bad. Perfekt. Du musst mal 3 Supports auf Drake machen. Oh Mann, das ist dumm, Alter, dieses Gameplay. Warte, ich hab mich treu. Oh, die ist tot. Ich bin so gefühlt am sterben. Ivan steht im Busch. Ey, Mann. Du weißt schon, wie das hier abläuft. Ich weiß nicht, wo der ist. Hast du den? Machst du safe, oder? Oh, die machen, äh, Harald, ne? Machst du treu. Oh. Die machen Harald. Komm, lass mal schnell hin. Das macht auch nichts. Lass sie leben, lass sie leben. Ey, das ist die Türken. Pass auf, das du. True. Das ist halt Stopwatch, weißt du, ne? Ah! Jawohl, 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 jawohl. Jungs, da gehen wir rein. Auf den S-Rail, let's go. Ah ja. Juck nicht. Uriana. Ich hab'n Tür. Ja, nice, Yuumi geht noch mal rein. Let's go. Oh, da muss halt also durch. Du bist Gänse. Fuck, Jungs. Gänsehaut. Also, wir könnten ja für jeden Moment auseinander. Boah, nächster. Fuck. Was machst du? Warum ich? Was hab' ich denn getan? Du stehst in dem dritten, das vielleicht? Nein. Oh, zieh. Helft mir, boys. Der tötet uns alle. Nee, shit, shit, shit. Aufs Yuumi. Wir brauchen Healing-Dings, ne? Ja, wir brauchen Healing-Reduction. Ich lauf' einfach drauf vorbei. Nein, nicht nur. Deswegen waren wir Yuumi. Komm, Nils. Ja, kommt rein. Ja, innen und unten. Jetzt seid ihr straight in unsere Trap reingelaufen. Haha. Wir haben die Fallenkarte aktiviert. Oh. Oh. Oh, strong. Oh, Juhl. Der scheiß E. Die scheiß E. Komme. Oh mein Gott. Mein Play. Ja. Oh, wie. Jungs, nein, duld. Nice. Nice. Da ist er. Rein. Oh. Ja, nice. Alle durchgehen, alle durchgehen. Ah, ja. Ja, easy. Der 34er Smite auf safe Basis, Jungs. Komm zu mir. Ja, ja, komm, komm, komm. Und jetzt schimpfst du's. Duuuhn. 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 Boah, der ist ja nicht geplatzt. Boah, die schimpft. Ich denke, die nehmen uns an überhaupt, ne? Ja, die können auch nicht. Ja, die können auch nicht. Aber der ist sofort. Ne, der ist sofort. Go, go, go. Ich hab den 8-Olt, ich hab den 8-Olt. Ich hab den 8-Olt. Nice, nice. Oh, geil. Wie gerade heißt der? Auf die Uri. Ich hab 2-T. Okay, sie hat weggeflasht. Jummi, erst real, Jummi, erst real. Go, Jungs. Wo sind sie? Let's go. Ah, hier sind sie. Hier ist ein Bösewicht. Aber die sind... Jummi ist raus. Nice. Oh mein Gott, die wurde hops genommen. Aber jetzt werdet ihr hops genommen, weil ihr scheiße seid. Die ungeschlagenen Champions. Ich meine, kommen wir jetzt mal ansatzweise ins Late Game, wa? Ja. Ja, das stimmt. Nee, du stimmst aber. Nein. Ich bin kurz vorhin. Ich bräuchte echt mal nen Flash. Ich komme, boys. Okay, ciao. Nein. Ja, aber wieso sind die so am schwitzen? Watze, komm. Komm zurück, komm zurück. Komm zurück, komm zurück. Du! Jijijij. Holy shit. Liat haben wir ein Problem. Das ist GG, ne? Das ist GG. Ja. GG. Ey, wir hätten das aber legit gewonnen, die keinen Rakan Yuumi-Kombo-Girl. Tag, Tag, danke. Hallo, mein ist Vivi. Hey, Hope. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Ja. Oh, war auch ein konntestiges Spiel. Aber ihr habt ja eh den Gruppensieg drin, in der ihr nicht zu nehmen gewesen. Spielt euch nochmal warm. Danke für eure Kanäle für heute. Weil ihr es sozusagen durchgehalten habt. Danke euch lang. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche mit euch. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.